Hey Leute, hier ist wieder Pachuco aus dem Channel Pachuco. Ich hab euch so oft davon erzählt, dass ich Schlagzeuger bin und Musik mache. Heute zeige ich euch das mal bei einem der Konzerte hier mit der AGV Big Band. Let's have fun! So, und es geht jetzt direkt mal kacke los, weil eigentlich hatten wir gestern bei der Generalprobe ausgemacht. Wir ziehen uns alle bunt an und gehen dann halt einfach so total sommerlich hier auf die Bühne. Jetzt packen die ganzen in der Band auf einmal ihre Anzüge aus und sonst was. Also ich weiß nicht, ob ich da nur den Spaß falsch verstanden habe, aber der Band hier wird ja wahrscheinlich reichlich sauer sein. Oh mein Gott, das wird schlimm. Vor allem, wenn ich dann halt so hart aus der Reihe tanze. Ich hab keine Ahnung. Wir hatten überhaupt nichts ausgemacht. Also ich hab versucht mir irgendwie Abhilfe zu schaffen. Schaut mal, jetzt sieht das so aus. Ich hab mir noch schnell ein Hemd geholt. Und naja, sieht halt so aus. Mit der kurzen Hose. Oh Gott, ich hoffe, ich krieg gleich nicht an Schiss. So, jetzt kommt der Augenblick dabei. Bist du nervös? Ja. Ist das gut? Ja, wir haben ja mega Schiss. Wir machen uns in die Hosen. Los geht's. Nur zum Verständnis. Wir teilen uns die Schlagzeugstücke. Er fängt jetzt an. Entspannend. Ja. 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 Musik 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 Ja, jetzt heißt es verfolgen, ne? Ja, Mann. So, schau mal. Hallo. Und das Konzert war jetzt mega leise. Also, ein Konzert muss man sich erst mal stärken. Schaut mal, da ist noch die Zierkorn. Und vielleicht kennt ihr die von den Kommentaren. Sie sind immer die Erste. Jetzt hat man uns ein bisschen Pizza bestellt. Also, zumindest, das sind jetzt meine. Und das sind die für die Band. Weil, keine Ahnung, so ein Konzert macht halt einfach hungrig. Und man muss ja was tun, damit man sein Gewicht halten kann, ne? Jo, Leute. Schuko war gestern ein bisschen dicht. Der schläft noch. Aber schaut auf jeden Fall bei seinen anderen Sachen vorbei. Das müsst ihr irgendwo verlinkt, sein Endcard. Keine Ahnung, wie er das macht. Vielleicht steht mein Zeug. Warte, gib mir die Kamera. Das ist so. Das ist so. Jo, Leute. Checkt mal Kikis Kanal unten in der Verlinkung. Und fandet ihr irgendwie in dem Video hübsch? Auch in den Kommentaren. Checkt die Videos in der Endcard. Daumen nach oben für dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Und bleibt al dente. Wer nicht abonniert, stirbt. Bis zum nächsten Mal. 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 Outro